Was passiert in Frankreich? Sicherlich habt ihr in den vergangenen Tagen Bilder von Demonstrationen, Blockaden, Streiks und Polizeirepressionen gesehen. Worum es geht und wie sich die Situation entwickelt, davon will ich euch heute erzählen. Mein Name ist Stefan Schneider, ich bin Redakteur von Klasse gegen Klasse. Seit Monaten gehen Millionen Menschen in Frankreich auf die Straße, um gegen Präsident Macrons Rentenreform zu protestieren. Die Reform hebt das Renteneintrittsalter um zwei Jahre an. Um eine volle Rente zu bekommen, muss man 43 Jahre lang gearbeitet haben. Das heißt, dass viele länger arbeiten müssen als bisher, insbesondere die prekärsten Sektoren, die besonders weiblich und migrantisch geprägt sind. Nach sechs Monaten Verhandlungen hatte Macron keine Mehrheit für diesen antisozialen Angriff. Am Donnerstag griff die Regierung deshalb zu einer autoritären, bonapartistischen Methode. Mit dem Verfassungsartikel 49.3 setzte sie die Reform ohne Abstimmung im Parlament durch. Die Reform und ihre Durchsetzung am Parlament vorbei sind höchst unpopulär. 82 Prozent der Bevölkerung sind gegen die Nutzung des Artikels 49.3, 71 Prozent wollen, dass die Regierung zurücktritt und 65 Prozent der Bevölkerung wollen, dass die Mobilisierungen weitergehen. Die Regierung überlebte am Montag trotzdem zwei Misstrauensanträge im Parlament. Formell ist die Rentenreform nun also umgesetzt und die Regierung weiter im Amt. Das zeigt, dass die Pläne der Regierung nicht durch die bürgerlichen Institutionen gestoppt werden können. Auf der Straße ist die Regierungspolitik in den letzten Tagen durchaus auf großen Widerstand gestoßen. Die Arbeiterinnenklasse spielte eine führende Rolle in diesen Protesten. In den vergangenen Tagen haben unzählige spontane Unruhen und Demonstrationen stattgefunden. Viele davon wurden von lokalen Gewerkschaftssektionen aufgerufen als Antwort auf die immer größere Radikalisierung der Basis. Mehrere Sektoren befinden sich im verlängerbaren Streik und Streiks und Streikposten in strategischen Sektoren wie Raffinerien, Kraftwerken, Verkehr und Müllabfuhr dehnen sich aus. Auch die Jugend ist massiv in den Kampf getreten, hat ihre Universitäten und Schulen besetzt und ist Tag für Tag in spontanen Demonstrationen auf der Straße, in Solidarität mit den Streikenden und für den Rücktritt der Regierung. Insgesamt ergibt sich so in Frankreich ein vorrevolutionärer Moment. Die Regierung antwortet darauf mit Schlagstöcken, Tränengas, Hunderten Verhaftungen und Zwangsverpflichtungen von Streikenden. Die Repression bricht los, um zu verhindern, dass sich die Wut verallgemeinert und um die aufkeimende Radikalisierung zu ersticken. All diejenigen sollen terrorisiert werden, die weiterhin jeden Tag demonstrieren. Aber während auf der Straße der Ruf nach dem Rücktritt der Regierung laut wird, will die Gewerkschaftsbürokratie, die in der Antastandical zusammengeschlossen ist, die Bewegung bremsen. Sie will die Forderung auf die Rentenfrage beschränken und hat erst für Donnerstag wieder zu einer größeren Mobilisierung aufgerufen. Angesichts der harten Polizeirepression hat die landesweite Antastandical noch nicht einmal eine Pressemitteilung veröffentlicht. Die Weigerung, die Bewegung auszudehnen, den verlängerbaren Streik zu verallgemeinern, die Forderung auszuweiten auf die Lohnfrage und auf den Rücktritt der Regierung, macht die Gewerkschaftsbürokratie zum Haupthindernis für die Entwicklung der Situation in einer offen vorrevolutionären oder gar revolutionären. Wie unsere Genosse Juan Chingo von unserer französischen Schwesterorganisation Revolution Permanent schreibt, die Überwindung dieses Widerspruchs, der Vorstoß zu einem alternativen Pole der Führung der Arbeiterinnenbewegung, der die Streiks stärkt und koordiniert, ihnen Perspektiven und Siegeswillen verleiht, ist der wichtigste Schritt, der unternommen werden muss, damit die Situation einen revolutionären Sprung macht, den Streik verallgemeinert und zum Generalstreik voranschreitet. Dafür braucht es den Aufbau von Organen der Selbstorganisation, um die Gewerkschaftsbürokratie zu konfrontieren und dem Sprung der Radikalisierung der Massen einen organisierten Ausdruck zu geben. Deshalb kämpfen unsere Genossinnen für den Aufbau von Aktionskomitees für den Generalstreik in ganz Frankreich. Gestern Abend hat in Paris so eine Versammlung stattgefunden des Netzwerks für den Generalstreik mit hunderten Teilnehmerinnen, um den Aufbau solcher Aktionskomitees voranzutreiben. Um den beispiellosen Kampf in Frankreich zu unterstützen, findet am Donnerstag um 18 Uhr vor der französischen Botschaft in Berlin eine Kundgebung statt. Kommt mit Klasse gegen Klasse gemeinsam zur Kundgebung gegen die Rentenreform, für den Generalstreik, nieder mit Macron und der Fünften Republik. Nicht zuletzt gilt es auch für Deutschland, Lehren aus dem Klassenkampf in Frankreich zu ziehen. Lasst uns die aktuellen Streiks zusammenführen und für unbefristete Erzwingungsstreiks im öffentlichen Dienst, bei den Lehrerinnen, bei den Flughäfen, bei der Bahn und in allen streikenden Sektoren kämpfen, bis alle unsere Forderungen erfüllt sind. Also hier muss ich glücklich sein. Vielen Dank.